Willkommen zu den heutigen Vivi-News, der Pink Panther erscheint auf der Vivi-App. Unter anderem schauen wir uns auf jeden Fall ein Update zum Thema Payout an. Unter anderem schauen wir uns auf jeden Fall noch die nächsten Job-Details für die Comics an. Und auf jeden Fall noch sehr viel mehr. Das alles jetzt in diesem Video. Willkommen an Bord, ich bin es, dein Captain, dein Vivi-Uji mit den wichtigsten Vivi-News, die du da draußen definitiv nicht verpassen solltest. Und heute wieder mit einer wirklich Menge, Menge News mit dabei. Deswegen würde ich auch direkt sagen, starten wir direkt rein in dieses wirklich sehr spannende Video. Und ich würde sagen, starten wir an dieser Stelle ganz kurz mit einem Hinweis für alle Leute. Updated eure App, es gibt ein neues App-Update. Ganz wichtig, um hier auf jeden Fall auch die Performance und auch Bugs zu vermeiden. Dementsprechend App-Updaten und jetzt geht es weiter. Kommen wir zum nächsten Punkt und zwar einem Giveaway von Vivi zum wöchentlichen Sweepstack, kann man so fast sagen. Und für dieses Giveaway müsst ihr einfach nur unter einem Short-Video, was ich euch hier unten verlinken werde von Vivi, fünf eurer Lieblings-Comic-Cover auf der Vivi-App einmal in die Kommentare schreiben mit eurem Vivi-Username und dann nehmt ihr sozusagen daran teil. Ihr müsst natürlich an dieser Stelle auch den Kanal abonniert haben. Für dich eine sehr coole Aktion zu gewinnen gibt es ja an dieser Stelle drei Collectibles. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt und drücke euch auf jeden Fall die Daumen für dieses Giveaway. Ansonsten kommen wir zum nächsten Part und zwar nämlich dem spannendsten Part und zwar nämlich dem Pink Panther. Der wird nämlich nun auf der Vivi-App erscheinen und das tatsächlich auch schon relativ bald. Das Ganze wird hier am Sonntag um 17.00 Uhr in deutscher Zeit droppen, das heißt am 10. September mit insgesamt drei Collectibles, unter anderem eins hier animiert. Und ich muss wirklich sagen, als ich das gestern gesehen habe, dachte ich mir einfach nur so, wow, was für ein mega cooler Move und was für ein mega cooles Collectible, was wir hier bekommen werden. Ich werde an dieser Stelle auch das Ganze kurz mal mit Sound hier einmal einblenden, denn das ist wirklich mehr als ikonisch. Ja, ihr habt es jetzt gehört, wirklich sehr ikonisch, dieser Tanz plus Musik. An dieser Stelle hier von MGM als Lizenzgeber bin ich persönlich sehr, sehr cool. Trotzdem bin ich da etwas skeptisch, ob der ganze Job tatsächlich sich über Droppreis halten wird. Da wir es aber hier mit einer sehr bekannten, noch beliebten Lizenz insgesamt zu tun haben, würde ich tatsächlich eher davon ausgehen, dass es so in etwa auf plus minus 0 hinauslaufen kann. Wir müssen aber natürlich an dieser Stelle auch die Dropdetails abwarten. Sollten wir hier 30 bis 40 Gems pro Collectible bekommen, könnte es tatsächlich sein, dass der Preis sich dort hält, sollte es höher gehen, könnte es aber definitiv sein, dass der Preis tatsächlich unter den Droppreis fällt. Da müssen wir aber ganz klar abwarten und das ist tatsächlich auch nur mein Vorgehen. Ich persönlich warte jetzt erstmal ab, bis wir die Daten haben und dann entscheide ich, ob ich den gesamten Job mitnehme oder nicht. Zum Thema Payout gibt es übrigens auch ein kurzes Update, denn hier ist das Ganze jetzt wieder für alle verfügbar. Das war für ein paar Tage ausgesetzt, nun wieder für jeden verfügbar. Das heißt, wer auszahlen will, kann das jetzt wieder machen. Ansonsten kommen wir zum nächsten Livestream und der wird tatsächlich diesmal nicht wirklich Vivi-spezifisch stattfinden. Wir werden nämlich ein Lorcaner-Pack-Opening machen, zusammen mit Enrico. Der wird wahrscheinlich auch ein Display öffnen. Ich persönlich werde auf jeden Fall auch einige Karten öffnen, deswegen auf jeden Fall für jeden, der darauf Bock hat, kommt sehr gerne in den Livestream. Wir werden natürlich auch Fragen zum Thema Vivi beantworten. So ist es natürlich nicht, aber wir werden das Thema dieses Mal ein bisschen anders gestalten. Ich hoffe, euch gefällt das und wenn ihr mehr davon sehen wollt, schreibt es auf jeden Fall auch gerne in die Kommentare oder auch in den Livestream-Chat. Ansonsten würde ich sagen, schauen wir uns auf jeden Fall den nächsten Comic-Job an. Soll ich tatsachen auf der Apps 214, das Ganze haben wir uns ja schon gestern angeschaut. Jetzt aber hier nochmal mit den Drop-Details. Das Ganze wird am Mittwoch, das heißt heute Drop-Mom 7 zur deutscher Zeit mit den Drop-Details und hier schauen wir uns das Ganze mal ganz kurz an. Das Ganze natürlich wie immer mit einem Listenpreis von 7 Gems, eine Addition-Zahl von 3.500 Stück. Für mich persönlich trotzdem an dieser Stelle ein Skip-Drop, denn das Comic ist einfach nicht sonderlich viel wert und die Cover persönlich interessieren mich auch ziemlich wenig. Dementsprechend für mich ein Skip. Das nächste Comic, was wir auch sehen werden, ist ja Tor-Hashtag 1. Das habe ich auch schon gestern vorgestellt. Schauen wir uns auch nochmal ganz kurz hier die Drop-Details an. Das Ganze wird an dieser Stelle am Donnerstag droppen, um 17.00 Uhr deutscher Zeit und hier natürlich wie immer auch mit exklusiven Rare-Wie auch Ultra-Cover. Mir persönlich gefallen jetzt die Cover, aber ehrlich gesagt nicht wirklich gut. Ansonsten haben wir den Listenpreis von 7 Gems ohne Auflage von 7.500 Stück. Für mich persönlich auch kein Job, den ich mitnehmen werde, weil es einfach kein super wichtiges Comic ist und mir die Cover auch nicht gefallen, ist das für mich persönlich an dieser Stelle auch ein Skip. Ansonsten kommen wir zu einem sehr spannenden Fakt, und zwar nämlich zu dem zweitseltensten Marvel Digital Protectable in der App momentan und das ist nämlich Harrod the Duck mit gerade einmal unter 400 Editions beziehungsweise um es genau zu nehmen 398 Editions, was tatsächlich nicht wirklich viel ist. An dieser Stelle ganz kurzer und auch interessanter Fakt. Ansonsten kommen wir noch zu einer Sache, die mich persönlich sehr überrascht hat und auch sehr interessant werden könnte und zwar ist nämlich David Yu als Speaker auf dem Sunrise Festival und das wird organisiert von Blackbird Ventures, im Prinzip einer der Venture Capitals, die Vivi unter anderem auch oder auch Icomi finanziert. An dieser Stelle kann man da auf jeden Fall gespannt sein, was auch David Yu hier zu berichten hat. Eventuell bekommen wir ein paar Zahlen und auch Infos oder auch Insights hier auch, was das Thema Venture Capitals angeht. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt und werde dich natürlich hier auf dem Channel auf dem Laufenden halten, aber natürlich auch nur, wenn du den Kanal hier abonniert hast, denn dann bekommst du das Ganze auch mit. Und das war es an dieser Stelle auch schon wieder mit dem gesamten Video. Wenn dir da draußen das gesamte Video gefallen hat, würde ich mich auf jeden Fall riesig über ein Like hier unter diesem Video freuen. Und jetzt wünsche ich dir auf jeden Fall noch einen wunderschönen Morgen Mittag oder Abend und bis dann, Herr Käpt'n. Ciao, ciao.